willkommen zurück ihr lieben freunde meines kanals hier zu sherlock holmes wie awakened wir konnten gerade noch eine mordkomplott an sherlock holmes verhindern naja er haben wir einem jungen paar zu vielleicht liebe verholfen nämlich die blumenhändlerin und der buchhändler jetzt wird es aber zeit dass wir uns um einen richtigen fall kümmern und deswegen machen wir mal das was mr watson sagt und begeben uns wohin eigentlich gute frage wohin müssen wir und zwar haben wir genau ist der bahn buchhandlung da haben wir das rätsel abgeschlossen wir haben ja noch das rätsel um die puppen bekommt dass so eine nebenquest jetzt müssen wir zum haus von captain stanwick und das finden wir hier es gibt eine schnellreise okay ist das sein anwesen sieht auf jeden fall ein bisschen düster aus warum ist hier das gartentor offen da vorne ist ein constable is this lousy attitude of yours because of my altercation with inspector lockhart did he put you up to this sir the inspector has nothing to do with it i'm telling you the same thing i tell anyone seeking a missing person good day gentlemen forgive the intrusion captain stenwick this is my colleague sherlock holmes the consulting detective i told you about at last a professional this useless officer refuses to do anything about kimmy here my missing servant what was your name again i shall be certain to inform your superiors sergeant ruffles sergeant ruffles and it's my superiors who made this decision sir have there been other disappearances lately of course here and there when life is tough and opportunity comes knocking you can't blame those who answer why has the police department decided not to help we investigate murders thefts fraud arson real crimes a servant walking away from his master is not our highest priority that said if we find kimmy here breaking the law we'll be sure to notify captain stenwick now i must be off best of luck in your search you heard that didn't you the way that man spoke to me i shall need your written testimony then we can lodge a complaint captain perhaps mr holmes time is better spent learning about your servant so that he may begin his investigation yes quite right by way by way ein bediensteter ist entschwunden kimia die polizei will nichts machen sieht das jetzt nicht als ihre aufgabe an muss also sherlock holmes einspringen so bitte beschreiben sie kimia tell me about kim here is foreign a maori all the way from new zealand biggest man you've ever seen and a strongest to dark hair and fearsome tattoos he doesn't speak a wit of english never bothered to learn but i made do with pointing i invested a lot of money in him so he must be found mhm okay klingt jetzt nicht so nach dem typischen bediensteten äh genau wohin ist nee wann ist er verschwunden when did you last see your servant kimia here normally brings me the morning papers but yesterday i had to get them myself he must have escaped the night before yesterday und wo ist er untergebracht may i see your servants bedroom this shack is in the garden you can miss it did you search the room of course but only to check it wasn't lying dead inside everything seemed normal at glance warum könnte er weggelaufen sein is there any reason kimia may have left i should think not he had all he could have wanted gain from employment new clothes and all the cabbage he could eat so viel kohl wie er nur essen konnte vielleicht ist er auch einfach geplatzt hat er etwas gestohlen did kimia here make off with anything of value heavens no i would have mentioned it to sergeant ruffles still he must have fed with some money on his person no no i kept his wages in my safe for security warum bewahrst du seinen lohn auf aber ich glaube das hat man früher so gemacht sehr sehr wilde und ehrlicherweise unschöne zeiten i take it this is the first time kimia here has vanished undoubtedly the man seemed terrified of the city i think it was all the noise he never left this estate should he cause any damage i will bear the responsibility for it was i who rescued him from savagery and brought him here to england in the first place all right captain i think i have enough to get started we shall first take a look around the mansion go ahead i'll be here mentally drafting my complaint okay wir müssen uns erstmal den schuppen ansehen wo er gewohnt hat und wenn ich schuppen höre dann werde ich natürlich sofort sehr sehr skeptisch über die wohnverhältnisse so ein kleines stadt anwesen bestimmt sehr sehr teuer okay warum fehlt hier der kopf ah ja anscheinend sollte das repariert werden hier steht eine leiter was haben wir denn hier ein bisschen erde ah kautabak ah fußabdrücke a shoe print roughly size 11 with a worn out sole these are a workman's boots looks like a knee print someone knelt here the amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while amazing mr holmes to read the ground like an open book also mit genügend hinweisen kann sherlock vergangene geschichte rekonstruieren ah ja okay wir sind jetzt erstmal hier okay es müssen noch mehr hinweise erstmal finden da vorne ist dann wohl der schuppen und wie ich es mir dachte eine lausige unterkunft und er versucht hier durch die tür durchzulaufen this lock is quite unusual it appears that the key should be bent to the right jetzt haben wir hier ein knochen ah ja hammelfleisch eine kartoffel okay keine verschimmelte kartoffel es ist opium the ashes are long since cold is this a tanifar a maori water spirit or something else either way it's giving me chills clothes made of hessian is stenwick really so miserly ja das fragst du noch natürlich ist der captain ziemlich knauserig wenn der hier in dieser schäbigen unterkunft hausen muss also der bedienstete eine maori nose flute gurus they're called no air coming through it no air coming through it okay das haben wir jetzt auch dass er hier opium geraucht hat oder inhaliert hat finden wir hier noch was einen kleinen hinweis außer dass das ding ziemlich gruselig die aha deswegen kam keine luft durch der rag reeks of smoke someone plot der chimney okay jemand hat jemand hat den schornstein verstoppt was haben wir hier noch ein gesicht okay jemand ist da mit dem kopf gegen auf jeden fall einiges was sich hier so als mordwerkzeug benutzen lässt ein detail muss man hier noch finden können mit dem Ich habe das Gesicht. Konzentrationsmodus. Ich habe das Gesicht. Ich habe das Gesicht. Ich habe das Gesicht. Wartet mal, das sieht doch eher aus, als ob hier jemand auf dem Stuhl die Bretter hat. Guck mal die Bretter an, die sind nämlich so ein bisschen kaputt da. Hm. Da sieht aus, als ob da ein Kampf stattgefunden hat. Ich komme das gerade nur nicht in meinen Scanner rein, sozusagen. Äh, das Seil und... Ah, guck mal, jetzt kann ich das Seil... Ah. Äh, das Seil war doch gerade markiert als gelb. Wartet mal, nee, das Seil war gerade markiert. Ah, nicht das Seil, sondern das Ding da. Ein Fernrohr. Okay, haben wir. Äh, kann ich dann hier auch irgendwas rekonstruieren? Also hier sehe ich, kann ich nichts rekonstruieren. Stenwick makes his servant live in a toolshed. You think you know someone. Ja, aber genau das macht er. Er lässt ihn hier in diesem, dieser Bracke hausen. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Okay, ich kann es halt auch nicht rausnehmen. So. Okay, dann schauen wir uns weiter um. Wir haben da vorne die Statue, die Leiter. Genau, hier haben wir auch. Aber hier muss es ja noch was geben. Das kann ja noch nicht alles sein. Man sollte mal das Teeservice da reinholen. Ich meine, es regnet. Ah ja, Beweise präsentieren. Was habe ich denn jetzt? Das Fernrohr zum Beispiel. Wie geht's mit dem? Genau. Kimi hier ist schuppend. Äh, genau. Er ist im Schuppen im Garten untergebracht. In der Feuerstelle entdeckten wir neben den Überresten einer Mahlzeit ein verkohltes Kügelchen. Der unverwechselbare Geruch lässt sich nur, er lässt nur einen Schluss zu. Es handelt sich dabei um eine narkotisierende Substanz. Im Schuppen steht ein Getreidesack mit einem Abdruck, der die Form eines menschlichen Kopfes aufweist. Okay. Stoff im Ofenrohr. Okay, danke, dass du uns gar nicht weiterhilfst. Ja, Kleidungsstücke aus Sackleinen. Genau, das ungewöhnliche Schloss in der Hintertür. Danke. Äh... Im Garten stießen wir auf einige interessante Hinweise. Hinter der Statue hielt sich jemand für eine Weile versteckt. Are you joking? Why would I know this? Do you happen to know Kimi here's shoesite? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take the shoes. Okay, also die Schuhabdrücke können nicht von Kimi here stammen. Der Kautabak? Has Kimi here ever indulged in Tobacco? No. The man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimi here's expenses, since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Okay, rauchen tut er auch nicht. Okay, wir haben jetzt über alles mit ihm gequatscht. Ich kann jetzt bestimmt... Genau, wohin führt die Spur von Kimi here? Äh, wir haben erstmal... Haben wir die... Äh, Kleidung aus Sacklein. Das Fernrohr. Also er hat die Kleidung wahrscheinlich ausgezogen, gehe ich mal von aus. Ähm, dann... Haben wir Beobachtungen gemacht. Stoff im Ofenrohr. Und wir haben... Äh... Überreste von Kautabak. Nö, das war nix. Äh, dann haben wir das Fernrohr. Den Stasch... Den Schuppen. Und Vestrant. Die Ausgabe. Okay. Vestrant, die Ausgabe, ist als Gegenstand richtig. Okay, also kann man das irgendwie in Verbindung bringen. Ähm... Ja, das ist alles soweit festgelegt. Ähm... So, die Hinweise in seinem Garten. Aber dann brauchen wir noch einen Gegenstand. Okay, wir sind noch nicht ganz durch. Also einen Gegenstand müssen wir hier noch finden. Und wir müssen uns auch den Garten genauer anschauen. Also der Käpt'n lässt uns nicht ins Haus, bevor wir uns nicht den Garten angeschaut haben. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, schaut mal hier, wir haben noch hier, ah, sobald oben das Zeichen am, sobald oben diese Zeichen am Bildschirmrand sind, am oberen Rand, da müssen wir mit diesem Konzentrationsmodus unterwegs sein. Parallel verlaufende Spurenräder. Ah, okay, bedeutet, wir können hier hinten nämlich dann noch drei Sachen finden mit dem Konzentrationsmodus. Hier noch eine weitere Sache können wir hier finden. Hm? Genau, hier war der Knieabdruck. Aber eine Sache muss es hier noch geben. Ja, ist ein bisschen komplex, das alles dann hier so zu finden. Aber es gibt hier noch was. Okay. 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 Das muss aber nicht zwingend. Kann ja auch in der Richtung liegen, wo hier beobachtet wurde. Also, wir können mal gucken, also. Ja, das Zeichen oben beginnt exakt hier. Genau hier so. Heißt, theoretisch könnten wir jetzt auch hier vielleicht auf irgendwas aufmerksam werden. Warte mal. Warte mal. Ach, hier verschwindet das Zeichen. Okay. Warte mal. Also, wenn muss es auf dem Weg liegen. Genau, hier ist nämlich nichts. Vielleicht hier in Richtung der Tür um was beobachtet? Nee. Nichts. Ja. Ja, da ist sich Holmes noch nicht sicher, wer hier sein könnte. Aber wir haben hier noch eine Teil... Ah, wartet mal, vielleicht... Wartet mal, vielleicht, äh, bevor ich jetzt die ganze Zeit... Wartet mal. So. Wir haben das Fernrohr, Kleidung aus Sackleinen. Das Fernrohr. Und die Fußspuren. Okay. Also, wir brauchen noch einen Gegenstand. Ein Gegenstand, den wir hier noch irgendwo vielleicht finden müssen. Vielleicht eine Axt. Anscheinend nicht. Wir haben das Stück Stoff im Ofenrohr gefunden, das war aber nicht so interessant. Was haben wir hier noch? Ah, guck mal, hier ist noch was. A Scrap of Hessian. Ja. Ja. Sacklein. Die hatten wir ja schon. Ach, jetzt können wir hier. So, es gibt zwei Hinweise aktualisiert. So, bedeutet, wir haben jetzt neu... Äh, immer noch das Fernrohr. Ähm... Ähm... Nee, ich brauch dann wieder einen Gegenstand erst mal. Boah, der muss hier wirklich auf dieser dreckigen Matratze schlafen. Wo irgendwie noch Heu drauf liegt. Der hat auch anscheinend keine Decke oder so. Also, der wird hier wirklich, äh... Nicht gut... Ach, jetzt sind die Sachen hier abgeschlossen. Schaut mal. Okay. Gut, dann... Gut, dann... Ach, jetzt kann ich hier nachsehen. Na, guck mal, okay. Aha. Werde daraus gerade noch nicht so richtig schlau. Was können wir uns hier noch anschauen? Okay, also jemand hat hier wirklich das Haus beobachtet. So, mal über die neuesten Erkenntnisse noch mal mit dem Captain sprechen. Genau, wir haben die Schuhe. Genau, wir haben die Schuhe. Also, ein Update gab's jetzt nicht. Das heißt, wir haben immer noch dieselben Sachen. Genau, wir haben... Den Strand kann ich nicht entfernen. Der ist gesetzt. Nein, wir sind... Wir sind dann. Okay. Okay. Wir sind jetzt. Wir sind da. Wir sind da. Ja, das Schloss bliebe natürlich noch. Also ich muss noch zwei Sachen noch finden. Genau, wir haben die Spur hier gefunden. Ja, also das Spiel ist natürlich komplett anders als The Sinking City, deswegen nicht ganz so einfach, hier sofort reinzukommen, aber ich glaube, dass wir dem Geheimnis hier echt dicht auf dem Fersen sind, weil er wurde rausgezogen, weiß er gerade, jetzt blinkt hier oben auch so ein komischer Hinweis, also muss ich mir selbst vielleicht noch was anschauen. Genau, Spuren, Käpt'n, warte mal, Hinweis anheften. Ah, okay, okay, ich musste dann den richtigen Hinweis anheften und dann kann ich mir den Wagen hier nämlich anschauen. Genau, Herr Modat nicht länger benutzt. Okay, also ich muss die hin, ich muss wirklich dann auch den richtigen Hinweis dann nochmal platzieren. Ach du Schreck, das ist natürlich ganz sehr aufwendig. Genau, Spur. Genau, im Garten befinden sich frische parallel verlaufende Spuren. In Captain Stanwigs Garten steht ein alter Wagen, der auch kaputt ist und vor sich hin modert. Er kann nicht vor kurzem benutzt worden sein. Äh, ich habe hier noch den Schlüssel, Schloss mit ungewöhnlichem Schlüssel. Äh, genau. Ich habe ja so einen Schlüssel gefunden. Genau, zack, der ist nämlich hier der Schlüssel. Okay, einmal fehlt der Schlüssel. Ah ja, okay, da, damit habe ich mich auch dann, da, guck mal, damit habe ich mich den nächsten Hinweis kompletiert. Und, ah, so geht das. Okay, jetzt habe ich es. Okay. Ja. Und wahrscheinlich muss ich dann jetzt nämlich draußen gucken. Ja, jetzt schauen wir uns mal außen vor der Tür um. Ha! Ich kriege das doch hin. Ich bin doch als Detektiv zu irgendwas nutze. Äh, nütze. Hoffe ich zumindest. Dass meine Idee funktioniert. Natürlich funktioniert sie nicht, weil hier abgesperrt ist. Okay. Okay. Ich kann also nicht gucken, was auf der anderen Seite des Zaunes ist. Aber auf jeden Fall ist jemand da ausgebrochen. Das weiß ich jetzt mittlerweile. Okay. Okay. Also. Wir haben. Ja, mir fehlt noch ein Gegenstand. Aber wir haben den Schlüssel. Okay. Also wir sind, wir sind dem Täter auf der Spur. Wir müssen halt doch der richtigen Spur nachgehen. Genau. Und da haben wir nämlich hier diese Spuren im Garten. Das konnten wir noch nicht richtig klären. Also dem Hinweis müssen wir natürlich jetzt nochmal richtig nachgehen. Hier den Spuren im Garten. Also man muss auch mal den richtigen Hinweis angeheftet haben. Damit man auch sozusagen das alles ein bisschen zuordnen kann. Hmm. 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 Ja. 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 Ah, guck mal, hier ist nochmal Spuren. Okay, wir haben Kleidung aus Sackleim, genau, wohin führt die Spur? Ja, die Spur führt zum Schloss, also zum Gartentor, aber auch eigentlich, finde ich, zum Haus, ne, wenn, obwohl, nee, führt nicht zum Haus. Genau, die Spur führt hier hinten hin, logischerweise. Bestätigen, genau, hierhin geht's. Ah, jetzt muss ich hier noch alles richtig, okay, jetzt muss ich hier noch alles richtig einstellen. Oh, das ist ja wirklich, das ist schon ein bisschen umfangreich, dieses Spiel. Okay, das bedeutet, also hier. Äh, ne, ich denke, dass hier jemand mit nem Fernglas war. So. Ich denke, dass hier jemand draußen verstopft hat. Logisch. Dann denke ich, dass hier jemand in die Kisten reingestoßen hat. Ne, dann kann er ihn nur logischerweise hier rausgezogen haben. Aber klar, er wurde ohnmächtig, ne, weil ja kein, keine Luft reinkam. Genau, wurde er ohnmächtig. Da ist er dann... Wartet mal. Genau, jemand Fremdes hat die Tür geöffnet. Und jemand Fremdes hat ihn dann auch wahrscheinlich hier weggeschoben. Genau. Surveiling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the card. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable, it makes total sense. So, okay. Ich muss also immer die Hinweise finden und dann die Hinweise mit meinem Detailblick wirklich dann noch quasi zuordnen. Und dann muss ich eben auch noch die richtige Zusammenstellung des Tatorts machen. Wow, okay. Also, er wurde auf jeden Fall betäubt. Ich habe das Residue von Narcotics in Kimahir's Brazier gefunden. Es gibt mehrere Erklärungen, vielleicht auch deine servierende Interesse, oder ein Versuch auf die Pfeilung. Klicke auf den Schraub, Herr Holmes. Jemand hat ihn beobachtet. Äh, Karrenspuren im Garten. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes. Not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the Spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's Brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I am not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap boy and go and fetch my servant. Auch eine sehr interessante Formulierung, er möchte sein Investment zurückhaben. Ihm geht es nicht um die Person. Ihm geht es um das Geld, was er in seinen Diener investiert hat. Kümmern Sie sich selbst darum, der Ton macht die Musik oder nichts sagen. Ich würde sagen, der Ton macht die Musik. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people. Your selfish attitude to a man's kidnapping. Er, the point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Danke für den Schlüssel. Ich hätte ja auch außenrum gehen können, aber da steht ja eine Kutsche und ich komme nicht durch. Alles klar. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt können wir hier endlich diesen vermaledeiten Garten verlassen. Und... Zack. Genau, denn hier hinten steht der Wagen, der jetzt hier weg ist. Jetzt komme ich hier auch so lang. Ah, jetzt haben wir hier wieder die Wagenspuren. Das muss ich wahrscheinlich bei den Wagenspuren hier folgen. Ah. Ah. Ah, guck mal hier. Da ist wahrscheinlich der Wagen, weil guck mal, wir haben da das Seil, wir haben Stroh. Wheels picked up grass along the way, Kimme hier ist Kart, I gather. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Ah. 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 Was haben wir hier? Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Hm. Wer ist Roy Soulsby? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency. But would you care to have a guest doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Salpeter. Und wisst ihr, wo wir noch Salpeter hatten? Ermittlungsort abgeschlossen. Ah, es sind in eine Pferdekutsche umgestiegen. Und Zigarettenstummel. Und wir haben Salpeter, genau wie am Hafen. Also, wir haben Vistrant. Wir haben auf jeden Fall, äh, Geldbörse mit Salpeter-Flecken. Und wir haben... Äh, was haben wir eigentlich noch? Spur des Entführers. Nee, aber... Nee, aber... Nee, Geldbörse mit Salpeter, das ist richtig. Ah, langsam verdichtet sich hier alles. Nee, okay, gut. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal zum Käpt'n und ihm sagen, was da mit seinem Bediensteten passiert ist. Aber, ja, wir haben Salpeter gefunden und das ist ja die Explosion am Hafen. Das heißt, die Entführer und die Beteiligten bei der Hafenexplosion könnten das die gleichen Leute sein? Ja, sie haben eine Droschke genommen. Hier hinten steht mal eine. Okay, also hier hab ich auch noch nicht alles. Aber gut, wenn sie natürlich jetzt hier eine Droschke genommen haben. Dann können sie jetzt hier überall hin verschwunden sein. Sagt eigentlich Watson dazu. Stenwick macht sein Servant in einem Stuhlsched. Du denkst, du kennst jemanden. Äh, ja, dann können wir doch der Visitenkarte nachgehen, ne? Roy Salisby, London. Geldbörse mit Salpeter. Seemannsknoten. Ja, auch wieder ein Hinweis auf Seeleute. So, bedeutet, ah, ich hab jetzt, guck mal, jetzt kann ich hier, jetzt hab ich nochmal die Option, hier nochmal was zu tun. Nee, Stoff im Ofenrohr ist bestimmt nicht das, was wir suchen. Aber Geldbörse und The Strand, das ist schon mal richtig, Visitenkarte. Was haben wir jetzt? Baker Street, Bau, Buchhandlung, Herrenhaus. Ja, also hier haben wir jetzt die Ermittlungen abgeschlossen. Irgendwie muss ich jetzt ja noch weiterkommen. Irgendwie muss ich jetzt ja noch weiterkommen hier. Vielleicht mal mit jemandem quatschen. Okay, was ist hier passiert? Hm. Ah, eine, äh, Puppe. Ich würde das ganz gerne lesen. Ah ja. Das ist die Schnitzeljagd. Interessiert mich gerade nicht so wirklich. Okay, ich kann jetzt auch keine Beweise präsentieren. Aber ich habe hier Puppe. Genau, ich habe hier willkommen zur Schnitzeljagd. So. Ach, nee, guck mal. Ich habe jetzt hier oben was Neues freigeschaltet. Welche besonderen Merkmale weist der Entführer auf? Ich habe gar nicht gesehen, was Neues freigeschaltet. Okay. Wir haben, äh, definitiv den Seemannsknoten. Und Überreste von Kautabak. Und als Beobachtung haben wir... Und als Beobachtung haben wir... Äh... Die Spur des Entführers. Ah ja, der Seemannsknoten war richtig. Wir haben das Fernrohr. Und Stoff im Ofenrohr. Okay, das Fernrohr war richtig. Dann brauchen wir jetzt eben noch... Noch einen Hinweis. Yes, die Fußspuren sind richtig. Ah! Der Entführer ist ein Seemann. Ein spezieller Knoten, ein Marinefernrohr und Stiefelabdrücke, die auf einen Mann aus der Arbeiterklasse hindeuten. Das alles lässt nur Einschluss zu. Kimijas Entführer ist ein Seemann. Und damit führt die Spur logischerweise zum Hafen. Genau, alle Hinweise deuten auf den Londoner Hafen hin. Wir wissen nun, dass Kimijas Entführer wahrscheinlich Seemann ist, dass sich auf seiner Geldbörse Rückstände von Salpeter befinden und dass es am Londoner Hafen vor kurzem einen Unfall mit Salpeter gab. Alles deutet darauf hin, dass wir unsere Suche nach Kimija am Londoner Hafen fortsetzen müssen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen so schnell wie möglich eine Droschke finden. Habe auch schon eine gefunden. Gut, dass hier eine Droschke steht. Yes! Hinein ins Verderben! Oh, das klingt ja promising. Kapitel 2 Die Blutrote Nacht Londoner Hafen Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. Huh. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. It did not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps, before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer, and placed the rosary on a rock. A gift, to gain God's favor. And you were rescued? Yes. An attachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful, but without their diligence, you would not be standing here, and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimaheer? So, jetzt sind wir am verregneten Hafen angelangt. Ihr lieben Freunde, ja, ich glaube, wir haben jetzt eine Menge gelernt, wie man dieses Spiel spielt. Sorry, dass ich da so ein bisschen rumgeeiert bin. Ich hoffe, dass es in Zukunft alles ein bisschen fixer geht, aber ich bin immer noch gehuckt. Ich bin immer noch sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und freue mich auch auf die nächste Runde. In diesem Sinne, haut rein und gehabt euch wohl. Ich freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis dahin, BB, euer Hiyuga.